Die Sendung wurde live untertitelt. Jetzt ist die Frage, wo er ist. Weg. Road Road. Nee, das ist es definitiv nicht. Buildings. Das ist es auch nicht. Terraforming. Das könnte man natürlich machen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Würde das funktionieren? Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren, ob da Land gesetzt wird, wenn wir Terraforming machen. Aber richtig wäre natürlich hier die Wüste. Nochmal wegmachen. Nee, da kommt das schon. Dann lass es so. Gucken, ob das funktioniert. Nee, ist untergegangen. Frosch im Hals. Das ist doof, ne? Wenn das nicht funktioniert. Fluid Blocker. Container? Nee, das ist nix. Hatten wir schon. Ist es auch nicht bei. Harnature funktioniert auch nicht. Weg hatten wir schon. Pflanzen. Wollen wir da nicht. Werkzeuge. Ich weiß jetzt gar nicht, wo dieser Steg überhaupt hingehören würde. Other. Anderes. Was ist das? Ice Wall. Bone Block. Mud Wall. Rounded Dark Block. Hier ist das, was wir suchten. Wooden Floor Wall. Gucken, ob das funktioniert. Glaube ich aber auch nicht. Aber probieren kann man es, ja? Bone Wall. Ist das hier? Bone Wall, okay. Damit ist das schon geklärt. Dekorationen brauchen wir nicht wirklich was von. Ja. Keine Ahnung, was wir dann da setzen, ne? Wird sich spannend gestalten. Aber noch macht es keiner hin. Hm. Ich würde es ja auch gerne sehen, wenn es untergeht, ne? Das ist nämlich beim ersten Mal dann auch so passiert, oder? So, macht denn einer was, das ist die Frage, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Da laufen ein paar Helden durch die Gegend. Das würde hier gebaut werden, würde ich sagen, ne? Wo sonst? Wenn man das jetzt mitkriegen würde, ne? Wenn das gemacht wird, weiß ich auch noch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier einen Schritt gerade zurück. Gucken nach Decoration. Und dann nehmen wir noch eine Kerze an der Hand. Die wir dann zum Beispiel da hinstellen können, wenn das dann da weg wäre, ne? So, muss das hier in eins, äh, eins, zwei, drei. Also hier. Also da. Drei, vier. Dann da. Machen wir da nochmal zwei Kerzen hin, ne? Das hat noch keiner gebaut. Wie es aussieht, wird es auch nicht gebaut. Wie sieht es hier mit Licht aus, also mit Kerzen. Bis dahin alles ziemlich gut. Hier fehlt noch eine, die wir jetzt bauen können. Eins, zwei, drei, vier. Die muss wohl da hin. Sonst sieht das wohl gut aus. Hat noch keiner gebaut. Der lief jetzt nur da durch, weil der Weg kürzer war, oder? Gehen wir mal zurück. Tja, Dekoration oder andere Dinge waren das hier, ne? Stone Floor Wall. Wall brauchen wir nicht. Sowas wie eine Brücke brauchen wir, ne? Warte mal, da hatten wir doch vorhin irgendwann was, oder? War das hier? Rock, Brick, Arc. Hm. Wer ist denn das da? Ein Held, oder was? Weiß ich jetzt auch nicht. Äh. Das müsste ja hier sein, dann, ne? Müsste auch hingehen, Ben. Ist noch nicht gebaut worden, und... Passiert auch noch nix. Holt der jetzt einen Stein? Nee. Hätte ja sein können. Dem ist nicht so. Da ist noch nix passiert, da auch noch nicht. Kerzen schon gebaut, auch nicht wirklich. Gehen wir einen Schritt zurück hier. Ne, zwei Schritte zurück. Deko, Kerze, Kerze. Hier. Passt, oder? Ja, sieht so aus. Hier ist nix passiert, aber da ist jemand, der einen Stein transportiert, oder? Wo geht der hin, aber der Stein? Hä? Wieso da hin? Versteht wieder keiner, ne? Warum werden hier Steine abgelegt? Äh. Was haben wir jetzt dahin gezaubert? Weiß ich nicht. Mach das weg, will ich nicht. Okay. 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 Ja, ist nix, ne? Da kommt wieder einer. Und lehre ich den Stein da auch noch hin, oder was? Ne, der wurde jetzt richtig transportiert. Hier ist nix passiert. Und da auch nicht. Hm. Schwierig, oder? Äh. Was wollten wir gucken? Hier, aber da sind wir gerade ein bisschen schlecht unterwegs. Hier gar keine Bergleute mehr. Das ist ganz schlecht. Hier gibt's noch eine zweite Seite. Dann Jobgroup. Äh. Bergmann. Wollen wir keinen haben, ne? Ne, Erthelfer. Haben wir dann keinen, oder was? Das ist ja jetzt der Hammer, ne? Nein, da sind ja zwölf. Bergmann haben wir jetzt einen. So, das ist auch besser so. Gut. Das ist fehlgeschlagen. Okay, dann müssen wir das schon mal auch. Achso, das wurde hier oben gemacht, ne? Alles klar. So, das funktioniert also nicht. Jetzt müsste man noch überlegen, was man da machen kann, dass es funktioniert, ne? Äh. Gab's hier nicht irgendwie sowas wie eine Wasserpumpe? Ne, es müsste unter Werkzeuge werden laufen, ne? Hier, das hier. Ja, das ist jetzt mal ein Versuch wert, oder? Wie machen wir das denn? Machen wir hier ein Becken hin? Aber wie funktioniert's? Das ist die nächste Frage, ne? Äh. Oh, wir haben neunte Leute bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Zack, 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 zack. Auto-equipped. Ganz wichtig. Und dann... Terraforming haben wir nix. Decoration ist es auch nicht. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich hier ein Rinnensaal hin? Sowas wie einen Kanal brauchen wir. Das ist ja nix. Buildings... Ist auch nicht. Decoration ist es höchstens hier, wenn bei. Und das ist ein Pond. Must be near water. Mach das da mal hin. Hier ist noch das Plateau. Fishing Dog. Just for the looks. Da ist noch nix gemacht worden. Dann machen wir das mal da hin. Gucken, ob das geht. Dann können wir uns einen Gedanken drüber machen, ob da Wasser reinkommt oder nicht. Während ich gerade überlege, dass wir die erste Geschichte hier nochmal weg machen. Und dann mal testen, was da geht oder nicht geht. Da kommt sogar eine Fliese gebracht. Interessant. Ist nicht mitgerechnet, dass das noch passiert. Ah, da schau her. Die Steine sind abgebaut. Unlock. Fertig. Manchmal geht auch was voran, aber nur manchmal. Ja, und das, wie dieses Wasser zu den Mountains kommt, ist dann die Frage, ne? Können natürlich hier nochmal was bauen. In der Form, dass wir hier sagen, komm, wir machen hier mal. Können das ja auch so machen, dass wir das da hinsetzen, dann kann das Wasser dazwischen rein, ne? Oder? Müsste man mal ausprobieren, wie es funktioniert. Wir werden sehen, was da kommen wird. Da wird ein Stein geholt. Hier ist aber noch nichts passiert, da auch noch nicht. Der Stein wird aber nicht geholt, sondern ins Lager gebracht, wenn denn der Weg bis dahin reicht. Okay, hat funktioniert mal. Was wird hier gebaut? Okay, da kommt das erste Erdreich transportiert. Da ist noch nichts passiert. Oh, hier ist der erste Teich gemacht worden. Und das war jetzt bei Werkzeugen, das Wasserrad, ne? Genau. So, jetzt noch die drei abwarten und dann machen wir das mal dahin. Und dann gucken wir, ob irgendwie was geht mit Wasserrad. Okay, noch zwei. Und die kommen da auch schon bei. Das bedeutet, ich kann das Wasserrad da hinstellen. Bin ich gespannt, ob hier irgendwas geht mit Wasser. Okay. Ein Versuch. Die Frage, wo das gebaut wird. Wahrscheinlich hier, oder? Was braucht man für das Ding? Nee, Steinrad ist es okay. Dann wird es hier oben gebaut. Wahrscheinlich. Wissen tun wir nichts Genaues. Okay. Aber ein Ding ist aber schon hier nicht mehr, ne? Nee. So, gucken wir mal. Was denn da so passieren könnte, ne? Ja, wäre schön, wenn es einer das Wasserrad baut, ne? Macht aber keiner. Da ist nichts passiert und da ist auch nichts passiert. Und da passiert auch nichts. Ja. Sieht so aus, als ob wir das in der nächsten Folge dann erst sehen. Würde ich mal so sagen. Hier ist nichts passiert, da auch nicht und da auch noch nicht. Und hier ist auch keiner am Bauen. Ja, dann würde ich sagen, falls ihr noch kein Abo habt, macht das. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch für das Video. Und die Glocke, falls ihr Interesse habt an weiteren Veröffentlichungen, die ich da betreibe. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.